Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie man Taschenrechner Schriftdaten in Word installiert. Man findet die Schriftdaten auf den Seiten der Hersteller, zum Beispiel Casio oder Texas Instrument. Da muss man nach den Modellen gucken und dann kann man das hier runterladen. Wenn man das runtergeladen hat, dann kann man die Datei entpacken und da ist dann eine TrueType Schriftart drin. Einfach auf die mit Rechtsklick gehen und dann auf Installieren drücken. Ich habe die jetzt schon installiert. Das dauert einen kleinen Moment und dann muss man eventuell Word nochmal neu öffnen oder neu starten. Manchmal ist dann halt auch so eine Übersicht mit dabei, wie bei Casio, wo man dann entsprechend die Symbole, den Buchstaben zugeordnet hat und dann eine Übersicht finden kann. Wenn ich jetzt also einmal Word neu starte, dann kann ich einfach hier oben die Schriftart suchen. Die ist ja IES, das müsste irgendwo hier unten sein. Da ist die. Und dann kann ich einfach Bild eintippen und dann für meine Schüler irgendwelche Arbeitsbögen zum Lernen des Taschenrechners erstellen. Wenn ich keine Übersicht habe über die Schriftart, dann kann ich auch unter Einfügen Symbol anklicken, weitere Symbole und dann habe ich hier die Schriftart mit den entsprechenden Symbolen und kann dann das für mich passende heraussuchen. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.